Hast du außergewöhnliche Phänomene erlebt, wie Nahtoderfahrung, Fernwahrnehmung, Erlebnisse im Bereich der Psychonautik, Himmelserscheinungen, UFO-Sichtungen oder eben Ereignisse, wo dir sonst keiner zuhört? Dann melde dich bitte bei mir und schreib mir bitte dein Erlebnis an die eingeblendete E-Mail. Herzlichen Dank! Hallo meine Lieben, im heutigen Video geht es um andere Bewusstseinsebenen und auch um Bewusstseinserweiterung. Es gibt Menschen, die denken, eine Bewusstseinserweiterung muss was wirklich Tolles sein und ja, eines dieser Menschen war auch ich. Wie falsch ich damit lag, das konnte ich selbst in meinem Leben erfahren, z.B. durch Ayahuasca oder Iboga. Eine Bewusstseinserweiterung ist also nicht automatisch etwas Gutes und vor allem ist sie nicht etwas Dauerhaftes, zumindest in den meisten Fällen. Es gibt in unserer Welt viele interessante Dinge. Und der Mensch, ja der ist ein neugieriges Wesen. Man kann auf dieser Welt viel erleben, aber es heißt ja nicht umsonst. Wer die Gefahr sucht, der kommt darin um. Es ist daher ratsam, wenn man Spaß haben will, um die Gefahren zu wissen. Denn es ist wichtig, vor gewissen Dingen den nötigen Respekt zu haben. Wir alle tun Dinge, die nicht immer okay sind oder unüberlegt. Und manchmal tun wir Dinge, wo wir uns gewünscht hätten, es vorher besser gewusst zu haben. Denn auf dieser Erde, in einem lebensfeindlichen Universum, gibt es eben viele Gefahren und Risiken. Ich bin der Meinung, dass Freiheit eigentlich ein wertvolles Gut ist. Aber diese Freiheit hat ja einen Preis, wenn man nicht aufpasst. Aufklärung ist daher eine wichtige Sache, damit wir eine vernünftige Urteilsinstanz bekommen und uns von eventuell fehlgeleiteten Vorstellungen und Ideologien befreien. Jemandem zu sagen, er darf etwas nicht oder sollte dies und das lieber lassen, das ist nicht unbedingt hilfreich. Aber jemandem zu erzählen, was die Konsequenzen sind, kann dabei helfen, selbst die richtigen Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Alles im Leben hat Konsequenzen. So auch die folgende Geschichte von jemandem, der bereit war, diese Geschichte mit euch zu teilen. Es handelt sich hier also um eine wahre Begebenheit, die vor allem sehr lehrreich ist. In dieser Geschichte hat jemand tiefes psychisches Leid erfahren, aber auch andere Bewusstseinsebenen, die für viele von uns unvorstellbar sind. Es geht um die Substanz Lyserksäuredithilamid oder auch besser bekannt unter LSD. Auf Wunsch und Rücksicht des Autoren wird der Autor die Geschichte nicht selbst vortragen. Aber ich habe die Erlaubnis, euch die Geschichte zu erzählen. Was jetzt folgt, ist also nicht aus meiner Sicht, sondern aus Sicht des Autoren. Eigene Kommentare werde ich besonders bemerken. Legen wir los. Hier der Erfahrungsbericht von Christalix. Der Name ist ein Pseudonym des Urhebers. Zitat aus dem Film Das Weiße Rauschen. Mein Religionslehrer hat immer gesagt, die Wolken sind der sichtbare Teil des Himmels. Für uns war der Himmel die Seele und die Wolken waren unsere Visionen. Nur, wenn zu viele Wolken aufziehen, siehst du den Himmel nicht mehr. Zitat Ende. Vorwort. Ich werde nicht allzu ausführlich meine Drogenkarriere erzählen, um mich dann dem eigentlichen Thema zuzuwenden. Die Zeit am Ende meiner Konsumphase. Als ich auf einen Trip hängen geblieben bin. Ich habe dazu auch kurze Ausschnitte aus Berichten von zwei Kliniken, in denen ich war zugefügt, wo Ärzte und Psychologen ihre Meinung zu dem Thema äußern. Ich will mich mit diesem Bericht keinesfalls irgendwie in Szene setzen. Ich hatte Lust, mal alles aufzuschreiben. Hab lange hier dran geschrieben. Außerdem dachte ich, der Bericht könnte für User interessant sein, weil er einfach mal ein Beispiel zeigt, was so alles passieren kann und welches Risiko man eingeht, wenn man sich für den psychedelischen Weg entscheidet. Drogenkarriere. Ich habe bis zum Anfang meiner Jugendzeit eine relativ unbeschwerte Kindheit gehabt und bin im guten Elternhaus aufgewachsen. Als die Schule jedoch immer anspruchsvoller wurde, kam der Wechsel vom Gymnasium auf die Realschule. Gleichzeitig ließen sich meine Eltern scheiden. Ich war 15 Jahre alt, als ich den ersten Kontakt mit illegalen Drogen hatte. Auf einem Schulausflug packte ein Freund einen Brocken haschig aus. Und wir rauchten einen Joint. Der jedoch bei mir keinerlei Wirkung zeigte. Aber das Interesse war geweckt und so folgten bald erneute TRC-Erlebnisse, die mir sehr gefielen, da ich an dem Alkoholrausch nie Freude finden konnte. Die folgenden zwei Jahre liefen ziemlich unspektakulär. Ich schaffte meine mittlere Reife gerade so, kiffte oft am Wochenende, aber konnte mich ganz gut behaupten. Eigentlich lief alles zufriedenstellend. Nach meinem Schulabschluss entschied ich mich dazu, Zivildienst abzuleisten. Ich wollte einfach mal raus aus dem Dorf. In dem ich wohnte und, wie der Zufall so wollte, landete ich in einer der kriminellsten Städte Deutschlands. Im Kehl am Rhein, direkt bei Straßburg. Dort lernte ich schnell viele Leute kennen und begann jeden Tag zu kiffen. Stieg dann in die Techno-Party-Szene mit ein und machte meine ersten Excessi-Erfahrungen. Während der Woche leistete ich also meinen Zivildienst ab und am Wochenende fuhr ich meist in das Dorf, in dem ich vorher lebte, wo ich einen großen Freundeskreis hatte. In Kehl gab es Haschig im Überfluss und so pendelte ich immer hin und her. Ich hatte gute Kontakte und großen Spaß an dem Drogenleben. Alles umfasste so eine zauberhafte Magie. Langeweile, das Wort kannte ich nicht mehr. Sessions bei Freunden, Go-Up-Partys oder einfach nur bei schönem Wetter in der Natur kiffen, der Spaß war unser ständiger Begleiter. Es schien, als würden alle gescheiten Menschen kiffen. Die anderen Menschen, die wir nur Bauern nannten, wie armselig sie doch waren, immer nur Alkohol trinken, immer nur diese eine dumpfe Droge. Ja, wir hatten schon fast Mitleid mit ihnen. Wenn sie nur mal eine unserer Sessions miterleben würden, einmal diese Magie spüren. Mein erklärtes Ziel war es, alle Menschen zu Drogen zu bringen. Mein Motto war, wer Alkohol trinkt, löst darin seine Sorgen auf. Wer Drogen nimmt, geht auf eine Abenteuerreise. Eine Frage des Kanalbetreibers Dein Motto war damals, wer Alkohol trinkt, löst darin seine Sorgen auf. Wer Drogen nimmt, geht auf eine Abenteuerreise. Aber wusstest du damals eigentlich schon, dass Alkohol eigentlich nichts anderes als eine normale Droge ist und sie auch die meisten Toten zu verzeichnen hat? Antwort von Crystalix Als Jugendlicher übernimmt man in der Regel die gesellschaftlich geregelten Begriffe, mit der Unterscheidung von Alkohol und illegalen Drogen. Ich empfand Alkohol damals als einen sehr banalen und unspektakulären Rausch, ich hatte einfach absolut kein Verständnis dafür, wie man sich regelmäßig betrinken kann, wenn es doch so viele andere magische Substanzen im Angebot gibt. Wie gefährlich und zerstörerisch Alkohol wirken kann, erkennen die meisten Menschen erst mit fortgeschrittener Lebenserfahrung durch prägende Erlebnisse ihrer Angehörigen oder sich selbst. Weiter mit dem Erfahrungsbericht Ich rauchte nun täglich Haschig, oft schon morgens vor dem Arbeiten. Am Wochenende war ich auf Partys unterwegs, auf chemischen Drogen von Freitag bis Sonntag. Das war damals normal. Einstieg in die Gore-Szene. Im Bekanntenkreis war ich beliebt und immer einer, der vorwärts gedacht und gehandelt hat. Ich war auf Wolke 7. Genau so war mein Leben perfekt. Eigentlich war alles eine einzige Party. Ich war sowas von begeistert von diesem Lebensstil. Drogen, das war unser Lifestyle, unsere Lebenseinstellung. Ein Bekannter von mir hatte damals ein eigenes Haus und das war für uns alle wie ein Zuhause und ein legendärer Ort, an dem wir unzählige Sessions feierten, lachten und uns einfach des Lebens freuten. Das alles ging ca. ein Jahr lang. In dieser Zeit machte ich auch meine erste Psilocybin-Erfahrung. Das Hinzukommen von Pilzen veränderte alles. Wir haben ca. ein halbes Jahr lang jedes Wochenende auf Pilzen getrippt. Nach dieser Zeit waren wir alle psychisch sehr verschoben. Auf der anderen Seite haben wir auch unglaubliche Erlebnisse gehabt. Nachts um 3 Uhr sind wir im Wald herumgelaufen, haben Ritterborgen besucht und wenn man dann so in der Dunkelheit in einer Schlucht im Wald schaut, der Mond am Himmel scheint, dann bekommt man da ganz tiefe emotionale Einblicke in größere Dimensionen, die nicht jeder nachvollziehen kann. Ich hatte in Kei eine Ausbildung begonnen, wo ich allerdings immer größere Probleme bekam. Ich rauchte schon vor Arbeitsbeginn haschig und ging teilweise auch auf MDMA, Kokain oder sogar Pilzen zur Arbeit. Eine Weile lang hat das funktioniert. Man war auch zufrieden mit mir. Eine Frage des Kanalbetreibers. Du sagtest, du gingst teilweise auf MDMA, Kokain und Pilze zur Arbeit. Bei MDMA und Kokain kann ich mir das mit jenem Wirkungsspektrum noch vorstellen. Aber Pilze? Ist es nicht so, dass diese recht schwer zu dosieren sind? Kann man da überhaupt noch klar denken? Antwort von Crystalix Wir haben damals immer in Holland solche 100 Gramm Packs getrocknete Mexikaner Schrums bestellt. Diese waren sehr gut zu dosieren. Es galt immer, für einen leichten Rausch, wo man noch einigermaßen in der Gesellschaft klarkämmt, nimmt man ein Gramm. Für einen richtigen Pilztrip nimmt man 2,5 bis 3 Gramm. Klar denken kann man auch nach einem Gramm nicht mehr wirklich. Ich bin mir auch sicher, dass man mir das angemerkt hat. Oft reichen leichte Abweichungen im Verhalten, um bei den Leuten, die einen kennen, ein seltsames Gefühl auszulösen. Also wenn man so richtig auffällig und sehr strange zur Arbeit erscheinen möchte, wären Pilze die richtige Wahl. Dass wir solche Aktionen damals tatsächlich gebracht haben, zeigt, wie sehr wir uns als Clique durch den ständigen Konsum von Pilzen verändert hatten. Nach einem Arbeitsplatzwechsel bei dem gleichen Arbeitgeber, aber in einer anderen Abteilung, nahm alles immer mehr überhand und ich wurde auffällig. Hatte dann viele Gespräche mit meinen Chefs und wegen Fehlzeiten zwei Abmahnungen. Ich war mehrmals kurz davor, meinen Chef einfach zu sagen, er solle doch alles nicht so ernst nehmen. Es ist doch eh alles nur ein chemischer Prozess. Schließlich wollte ich meine Ausbildung hinschmeißen. Ich war 20 Jahre alt, abhängig von THC, Amphetamin, Kokain und konsumierte noch viele andere Drogen. Typischer Fall von Polytoxikomanie. Vergessen waren die unbeschwerten Zeiten, von denen ich gerade eben noch berichtet habe. Es war Winter 2004. Es ging allen aus unserer Clique nicht besonders gut. Der Spaß am Konsum ist allen mehr oder weniger vergangen. Aber das bedeutet eben genau nicht, dass nun alle aufhörten und vernünftig wurden. Die Drogen hatten uns fest im Griff. Das wurde mir aber erst später bewusst. Mein Arbeitgeber drängte mich, eine Therapie zu beginnen und so kam es, dass ich mich in der Suchtberatungsstelle vorstellte. Ich willigte ein, eine Therapie zu machen. Mindestens 80% werden trotzdem rückfällig, sagte mir der Pädagoge. Aber es liegt an mir, ob ich zu den 80% oder zu den 20% gehöre. Die drei Monate Wartezeit verbrachte ich in dem Dorf, wo unsere Clique war. Ich konsumierte noch weiter, jedoch hauptsächlich THC. Ich stabilisierte mich psychisch etwas. Circa zwei Wochen vor Therapieantritt war ich auf einer Goa-Party, wo ich zusammen mit zwei Kumpels zwei Trips kaufte, um diese an einem einsamen Ort im Wald zu konsumieren. Das war für mich als Abschied aus der Drogenzene gedacht. Ein Tripp zum Abschied. Das erschien mir irgendwie würdig. Bei deinem Tripp, der als Abschied gedacht war, war dir da eigentlich bewusst, dass LSD Psychosen auslösen kann und dass dies eigentlich ein wenig wie russisches Roulette ist? Antwort von Crystalix. Ich hatte bestimmt davon gehört, aber solche Gedanken hatten damals überhaupt keine Relevanz. Hinsichtlich vorsichtigerem Konsumverhalten. Genau auf diesem Tripp bin ich nun seit zehn Jahren. Der Tripp verlief zunächst eigentlich relativ normal. Ich nahm zunächst einen halben, habe dann später nochmal einen Vierteltrip nachgeschmissen. Ich habe viel gelacht, wurde aber nach einigen Stunden auch sehr nachdenklich und zweifelte etwas an meinen Lebensentwurf. Als ich dann irgendwann morgens nach Hause gekommen bin und mich schlafen legen wollte, hatte ich krasse Halluzinationen und verbrachte einige Stunden in einem LSD-Halbschlaf. War komisch, aber solche Erlebnisse kennt denke ich jeder, der öfter getrippt hat. Ich lag im Bett, versuchte zu schlafen, aber die Sonne schien schon draußen. Und die Sonnenstrahlen haben an meine Zimmerdecke komische Muster geworfen. Ich war voll auf dem LSD-Trip und dachte nur, dieses eine Mal muss ich es noch durchhalten. Dann wollte ich ja eh ganz aufhören. Ich stand dann noch total verstrahlt vor dem Spiegel im Bad und war irgendwie einfach traurig und auch entsetzt über mein Spiegelbild. Dann bin ich nochmal kurz fast runtergekommen. Am nächsten Tag fühlte ich mich gut, war zwar ziemlich verpeilt und ein immer stärker währendes Glücksgefühl kam auf. Es war Juni 2005, als ich dann meine Therapie in Frankfurt begann. Zwei Wochen nach dem LSD-Erlebnis. Ich fühlte mich irgendwie seltsam, hatte leichte Panikattacken, startete aber ganz gut in die Therapie. Es waren echt nette Leute dort und es war insgesamt eine sehr schöne Zeit. Ich kann wirklich jedem, der ernsthaft aufhören will, eine Therapie empfehlen. Nach einer Woche Therapie wurde dieses Glücksgefühl, das ich seit dem Trip hatte, immer stärker und stärker. Ich war wahnsinnig aktiv, schlief kaum noch. Der Trip kam mit aller Gewalt zurück, was ich jedoch erst später herausgefunden habe. In diesem akuten Moment wusste ich nicht, was los war. Aber es ging mir gut. Viel zu gut. Ich schlief so gut wie gar nicht mehr, war aber trotzdem den ganzen Tag aktiv, habe von morgens bis abends geredet, mir Gedanken über meine Mitzpatienten gemacht und mich sogar dem Psychologen dort überlegen gefühlt. Ich dachte, dass alle Patienten nur aus dem Grund hier waren, um mich im Gespräch mit ihnen zum Superheiler auszubilden. Den größten Spaß brachte mir die Gruppentherapie, was auch in dem Therapiebericht gewürdigt wurde. Die Psychologin schrieb, In der Bezugsgruppe schien Herr M. von Beginn an interessiert und engagiert beteiligt, wobei er auffiel durch besonders konstruktive und reflektierte Rückmeldungen an andere. Ich hatte so dermaßen viel Dopamin im Kopf. Ich hatte nie zuvor, egal von welcher Droge, solch einen genialen Rauschzustand gehabt. Das steigerte sich immer weiter, bis ich anfing, den Realitätsbezug völlig zu verlieren. Ich hielt mich für einen Superheiler. Ich dachte, dass die gesamten Mitarbeiter der Klinik auf Kokain waren und dass ich durch meine aktive Beteiligung und meinen besonderen Fähigkeiten bald in deren Kreis aufgenommen werde und dort eine Stelle als Psychologe bekomme, gutes Geld verdiene und mit Hilfe von Kokain gemeinsam mit den Mitarbeitern die Klinik leiten werde. Außerdem dachte ich, dass die Bild-Zeitung über mich berichten würde. Eine Mitpatientin hielt ich für meine zukünftige Ehefrau. Später dann hielt ich mich für Jesus und am Ende für Gott persönlich. Eine Frage des Kanalbetreibers Antwort von Christallix Solche Schilderungen klingen für normale Menschen völlig absurd. Wie kann jemand denken, er sei Jesus? Das Problem ist, wenn durch eine Manie mit psychotischen Zügen über Tage und Wochen hinweg das Dopamin extrem erhöht wird, dann fühlt man sich unglaublich gut. Ich konnte damals kaum mehr sprechen, weil sich meine Stimme vor Euphorie überschlagen hat. Und dieses unglaublich schöne Glücksgefühl ist so schön, um wahr zu sein. Und dann kann es sein, man findet Blitzschnellerklärungen und man selbst ist so gigantisch glücklich und vollgepumpt mit magischen Gefühlen, dass am Ende oft nur eine Erklärung logisch scheint. Nämlich, dass man selbst etwas Göttliches ist. Dieser Zustand war wirklich im wahrsten Sinne für mich das göttlichste, was man sich vorstellen kann. Dass ich mich für Gott oder Jesus hielt, habe ich damals den Ärzten nicht mitgeteilt, da diese krasse Ansicht nur einen Tag anhielt. Trotzdem wurde ich damals ziemlich mit Medikamenten abgeschossen, da ich Angst vor einem epileptischen Anfall äußerste. Ich bekam damals Tecretalsaft, glaube ich. Der Arzt merkte schnell, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt und verordnete mir ein Neuroleptikum. Eine Frage des Kanalbetreibers Als du die Angst vor einem epileptischen Anfall geäußert hast und der Arzt gleich mit einem Medikament in den Startlöchern stand, hattest du da keine Bedenken bezüglich Wechselwirkung? Ich meine, dein chemischer Haushalt war ja schon so ziemlich durcheinander. Da ist es nicht unbedingt das Beste, wenn da gleich andere chemische Substanzen ins Spiel kommen. Besonders wenn sich Menschen über solche Wechselwirkungen nicht immer im Klaren sind. Wie siehst du das im Nachhinein? Könnte es sein, dass dies der Anfang war, der alles noch schlimmer gemacht hat? Antwort von Crystalix Als ich dieses Medikament von dem diensthabenden Arzt bekommen habe, war ich zwar nicht epilepsiegefährdet, jedoch vom Nervensystem echt am Limit durch den Dopaminausstoß. Daher glaube ich, es war damals richtig so. Viel kritischer sehe ich die Dauerinnahme von Neuroleptika und Antidepressiva. Ich erzählte dem Arzt auch, dass ich mich fühle, als hätte ich ein ganzes Kilo Kokain in mir. So fühlte ich mich tatsächlich auch. Was das alles genau für ein Zustand war, weiß keiner so genau. Manche tippten auf eine Manie mit psychotischen Zügen, andere meinten schon eher, dass es eine richtige Psychose war. Meine Meinung nach war es der Trip, der mit voller Wucht zurückkam. Hier einige Ausschnitte aus dem Therapiebericht. Die Interaktion zum jungen, stets freundlichen, jedoch eher passiv und meist wenig emotional berührt erscheinenden Patienten war insbesondere geprägt durch das Auftreten unerwarteter und bizarrer Geschehnisse im Behandlungsverlauf, die bis zuletzt auch für uns nicht klar einzuordnen waren. Innerhalb von zwei Wochen schien sein Stimmungszustand nicht mehr nur subeuphorisch, sondern ins Präpsychotische gehend. Innere Anspannung sowie eine Art Warnstimmung mit Ich-Störungen. Dass etwas vorgehe um ihn, er sich verändert fühle. Bizarre Denkinhalte und ansatzweise Größenideen. Dass ich nun alles füge, er Klarheit über alles habe, auch wisse, was in anderen Mitpatienten vorgehe und er das gelungene Experiment seiner Eltern darstelle. Daraufhin erfolgte ein erstes psychiatrisches Konsil beim leitenden Arzt und eine Medikation wurde verabreicht. Nachdem es bereits am Folgetag zu einer deutlichen Stabilisierung und Distanzierung des Patienten vom psychotischen Erleben kam, entstand unsererseits der Verdacht auf Substanzkonsum, obwohl sämtliche Screenings negativ waren. Nach dem vom Patienten gewünschten Absetzen der bislang verabreichten Medikation, kam es zur Stimmungsverschlechterung, wobei er panikartige Zustände beschrieb, insbesondere die Befürchtung, psychotisch zu werden. Er schilderte ständig neue Befürchtungen, auf Drogen hängen geblieben zu sein, einen Hirnschaden zu haben, seine Hirnstrukturen durch LSD verätzt zu haben. Damit einhergehend beklagte er weitere Antriebs- und Hoffnungslosigkeit bis hin zu Suizidgedanken. Da eh alles zu spät sei, er nicht mehr lebensfähig sei. Interpersoneller Kontakt und Realitätsbezug waren jedoch stets gut herstellbar und er zeigte sich absprachefähig. Es folgte eine unglaublich schlimme depressive Phase, während plötzlich viele LSD-ähnliche Symptome auftauchten. In dieser Phase wurde mir bewusst, dass dieser letzte LSD-Trip mich noch lange begleiten wird. Das war wirklich der schlimmste Zustand, den man sich vorstellen kann. Nach einigen Wochen klang die Depression ab und ich wurde auch mit Neuroleptika eingestellt. Mit Ciprexa 10 mg und Myrtazapin 30 mg. Ich selbst hatte mal Myrtazapin gegen meine Depressionen bekommen, hatte danach allerdings tiefe Stimmen gehört, die in andere Sprache geredet haben. Dazu mal war außer Alkohol keine andere Droge im Spiel, der erinnere mich an, dass diese Wirkung durch dieses Medikament hervorgerufen wurde. Hattest du Ähnliches erlebt? War dir bewusst, dass diese Medikamente heftige Begleiterscheinungen haben können? Antwort von Crystalix. Ich habe das Myrtazapin sehr viele Jahre täglich genommen und hatte davon extrem lebendige Träume. Oftmals auch Albträume. Es half zum Schlafen, aber hatte viele Nebenwirkungen. Die LSD-ähnlichen Symptome blieben jedoch da. Zumindest die meisten. Die ganz schlimmen Halluzinationen, die ich im Ruhestand hatte, klangen zum Glück schnell ab, was den Zustand erträglicher machte. Die Therapie schloss ich dann planmäßig ab, bin aber seitdem nicht von dem Trip runtergekommen. Ich wohnte nun wieder bei meiner Mutter und versuchte so gut es geht, klarzukommen. Ich habe mich auch schnell etwas erholt, ging wirkendlich zur Drogenberatung, aber an runterkommen war nicht zu denken. Seitdem sind zum Beispiel auch meine Pupillen immer unglaublich riesig, wodurch mich auf Partys immer alle fragen, was ich mir denn eingebaut habe. Es folgte ein ziemlich ereignisloses Jahr. Ich war clean, nahm Medikamente, konnte aber nicht arbeiten. Versuchte so gut es ging, klarzukommen, was mit viel unangenehmen Aufgaben verbunden war. Ich musste allen Verwandten und Freunden und eben allen Menschen, die ich kannte, erklären, was nun mit mir los sei, obwohl ich selbst nicht mal ganz verstand, was eigentlich mit mir war. Ja, circa eineinhalb Jahre nach dem Ereignis entschied ich mich zu versuchen, wieder arbeiten zu gehen. Ich schrieb einige Bewerbungen in dem Ort, in dem ich wohnte und bekam schnell eine 400-Euro-Stelle angeboten in einer Metallfabrik. Dort arbeitete ich ein Jahr. Ich war teilweise sehr überfordert und hatte ständig Angst, Fehler zu machen. Aber ich hielt durch und meine Vorgesetzten dort waren auch sehr nett zu mir. Und man muss sagen, dass ich die Arbeit gut gemacht habe, obwohl es schwer war. Zum Beispiel eben auch die Kommunikation und so weiter. Stellt euch mal vor, ihr geht auf einem Trip in einer Metallfabrik und müsst vier Stunden dort irgendwie Ruhm bekommen. Möglichst unauffällig. Ich war ganz langsam am Runterkommen, war psychisch stabil und setzte auch das Myrtazapin ab. Nach einem Arztwechsel kam ich zu einer Psychiaterin, bei der ich äußerte, dass es mir gut gehe, aber ich mich vom Zyprexa sehr müde fühle. Daher wurde ich umgestellt auf 15 mg Abilifi. Das war der wohl größte Fehler, den man sich vorstellen kann, wie sich nach zwei Wochen herausstellte. Zunächst war ich begeistert von diesem Medikament, war total fit und aktiv. Machte die Nächte durch, war wie drauf von dem Zeug. Nach zwei Wochen Einnahme schoss der Trip, der in mir wirkte, von der einen auf die andere Sekunde in schwindelerregende Höhen. Ich war auf einmal wieder sowas von drauf, aber nicht positiv. Angststörung, soziale Phobien, allgemeines Draufsein, Halluzinationen, Stimmen, Denken, also nicht hören. Natürlich habe ich sofort dieses Medikament abgesetzt. Die neuen Symptome, die das Abilifi mit sich brachten, blieben jedoch da und haben sich auch bis heute kaum zurückentwickelt. Ich musste meine Arbeitsstelle aufgeben und war eigentlich nicht mehr gesellschaftsfähig. Konnte nicht mehr mit anderen Menschen an einem Tisch sitzen und essen. Habe mich so gut wie gar nicht mehr aus dem Haus getraut. Aus Angst, Leute zu treffen, die ich kenne und mich vor diesen zu blamieren. Hinzu kamen Reizüberflutungen und eine leichte Depression aufgrund meines verschlechterten Zustands. Die Depressionen waren jedoch nicht sehr stark. Es folgten zwei Klinikaufenthalte. Ärzte und Psychologen waren ratlos, was meinen Zustand betrifft. Meine Erklärungen wurden zwar aufgenommen, aber irgendwie kannte sich auch niemand so wirklich aus. Von HPPD hatte noch niemand etwas gehört. Eine Frage des Kanalbetreibers Du sagtest von HPPD, also fortbestehende Wahrnehmungsstörungen nach Hallizyno-Gen-Gebrauch, hatte bei den Ärzten und Psychologen noch niemand etwas gehört. Wie kannst du das erklären und in welchem Licht siehst du heute für dich Ärzte und Psychologen? Antwort von Crystalix Ich hatte den Wiki-Eintrag, damals immer ausgedruckt, beim Arztgespräch dabei, da wurde maximal kurz überflogen. Ärzte und Psychologen diagnostizieren Störungen in ihren eigenen Diagnoseschlüsseln und lassen sich da wenig reinreden. Um es kurz zu machen, psychiatrische Ärzte sehe ich fast durchweg sehr kritisch. Es geht meistens nur darum, in zwei bis fünf Minuten Gespräch ein Medikament zu verordnen, was diesen Patienten möglicherweise für sehr lange Zeit in seiner Lebensqualität beeinträchtigen wird. Dass bei jedem Patienten, der wegen einer Verstimmung zum Arzt geht, sofort dauerhaft Medikamente angesetzt werden, sorgt für viel Leid im Leben der Patienten. Das sind so meine persönlichen Erfahrungen, es gibt bestimmt auch Menschen, denen diese Medikamente geholfen haben. Psychologinnen und Psychologen sehe ich als sehr positiv an und kann zu einer Therapie nur ermutigen. Ich habe selbst ganz tolle Erfahrungen mit Verhaltenstherapie gemacht und konnte so mein Leben massiv voranbringen. Formales Denken weitgehend geordnet. Manchmal Gedankensprünge und konkretes tisches Denken. Befürchtung, sich vor anderen Menschen zu blamieren, Fehler zu machen. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stark reduziert. Wahnhaftes Denken und Erleben wird vom Patienten verneint. Die sozialen Ängste des Patienten, Angst vor Oblamage, vor Ablehnung und Zurückweisung, wirken jedoch übersteigert, haben bedrohliche Ausmaße. Ich traue mich gar nichts mehr. Vor allem narzisstisch gefärbte inhaltliche Denkstörungen. Psychedelisches Denken über das Leben. Stimmung etwas gedrückt, Affekt abgeflacht. Antrieb und Belastbarkeit deutlich vermindert, Reizüberflutung in komplexen Situationen. Psychomotorisch stark angespannt und unruhig, zittern. Nervositätszustände, Angstattacken, Bewegungsstereotypien. Der Patient distanziert sich glaubhaft von akuter Suizidalität. Extremer sozialer Rückzug, Isolation. Im Kontakt freundlich und kooperativ. Diagnostisch gehen wir am ehesten von dem Vorliegen einer undifferenzierten Schizophrenie mit formalen und inhaltlichen Denkstörungen, optischen Halluzinationen, Anspannungs- und Angstzuständen aus. Dieser Bericht bis hierhin wurde 2011 von mir geschrieben. Heute im April 2016 möchte ich ihn aktualisieren und schreibe daher jetzt hier auf, wie es nun läuft. Der eben geschilderte Ausschnitt war von einer Klinik im Jahre 2009 geschrieben. Damals hieß es in dem Bericht, der weitere Verlauf muss abgewartet werden. Ich war nach dem Aufenthalt circa zwei bis drei Jahre richtig bettlägerig. Bin wirklich 23 Stunden am Tag nur im Bett gelegen. Hab mir auch tagsüber viele Medikamente eingeworfen und lag nur da. Hab immer versucht zu schlafen und dachte einfach, ich werde eh niemals wieder runterkommen. Ich hatte damals auch Angst, in einen tiefen Traum zu fallen und gar nicht mehr richtig aufzuwachen. Es war für mich gar nicht denkbar, dass ich mir irgendwann wieder ein normales Leben aufbauen könnte. Erst 2012, also drei Jahre später, habe ich es geschafft, wieder aus dem Bett zu kommen. Damals habe ich angefangen, Kratom zu nehmen und irgendwie kam dann wieder ein Funken Motivation auf, doch irgendwie am Leben teilnehmen zu können. Ich habe dann selbstständig zwei Medikamente abgesetzt. Irgendwie kam auch der Wunsch auf, wieder eine eigene Wohnung zu haben. Damals wohnte ich ja noch in einer WG für psychisch kranke Menschen von der Caritas. Zufällig kam dann die Chance, mit einem Freund in Stuttgart in einer WG zu ziehen. Ich musste mich wirklich anstrengen, das zu schaffen. Ich hatte ernsthaft Sorgen, nicht mehr in der Stadt rumlaufen zu können, weil ich zu schwach dafür war. Irgendwie habe ich mich dann aber rausgekämpft und bin dann nach Stuttgart gezogen. Hatte dann eine gute Phase, wo ich aus dem Bett rausgekommen bin. Es kam wieder der Traum auf, ein richtiges Leben zu führen. Der Trip war zwar noch stark da, aber ich hatte weniger Medikamente genommen und so ließ sich der Trip auch etwas darauf ein, in eine positive Richtung zu steuern. Ich wollte dann wieder etwas arbeiten gehen, hatte einen Arbeitsvermittler, wo ich dann anfing, jeden Morgen drei Stunden in der Stadt Müll aufzusammeln. Ich arbeitete mit vielen Alkoholikern zusammen, es machte aber trotzdem Spaß und ich habe das dann auch ein Jahr gemacht und habe mich wirklich positiv entwickelt. Ich habe dann angefangen, Sport zu machen, um meinen Körper wieder fitter zu machen. Die drei Jahre im Bett haben mir natürlich nicht so gut getan. Ich wohnte also in Stuttgart, habe gearbeitet, Sport gemacht, ein Sozialleben aufgebaut und ab da an ging es eigentlich aufwärts. Ich habe dann in eine andere Firma gewechselt, wo ich eine gute Stelle habe, zwar auch mit etwas psychisch kranken Menschen, aber es macht Spaß und ich mache Sport, wohne jetzt allein in einer Wohnung, habe angefangen zu schreiben und schaue wirklich wieder nach vorne. Ich habe einige Pläne, will eine Vollzeitstelle, eventuell mache ich auch erst eine Reha, da der Trip eben schon noch stark da ist. Ich reflektiere alle paar Sekunden alles, was ich mache und denke. Die Wahrnehmung ist total gestört. Ich bin leicht sozialphobisch, sehe mich und andere Menschen oft immer nur als Urzeitmenschen, weil mein Blick auf die Welt oft weit aus der Zukunft auf das Leben blickt und ich kaum in der aktuellen Zeit denke, sondern oft auch alles von weit weg sehe. Ich habe oft Halluzinationen, sowohl optisch als auch gedanklich. Ich träume oft wirklich, ohne überhaupt zu schlafen. Sobald ich zur Ruhe komme, beginnt so eine traumartige Gedankenveränderung. Es laufen mehrere hundert Mal am Tag kurze Sequenzen in meinen Kopf ab, also es ist schwer zu erklären. Es fühlt sich stark nach einem Trip an, aber eben eher so das Gefühl, was man beim Herunterkommen hat. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Trip nun nach zehn Jahren stark nachgelassen hat. Ich schätze, ich bin zu 60 Prozent gelandet. Gerade in den letzten Monaten hat sich alles gut entwickelt. Auf den ersten Blick würde man mir vermutlich nichts anmerken, aber leicht auffällig bin ich schon noch. Aber ich bin wieder ein Teil der Gesellschaft und das war mir wichtig. Daher habe ich auch gerne Müll aufgesammelt, da mir bewusst ist, dass der Sozialstaat mir viel geholfen hat und ich aber auch wieder einen Platz in diesem Gefüge finden muss. Das Ziel habe ich nun weitgehend erreicht. Ich habe das Zyprexa, das immer als Tripbremse in meinem Gehirn gewirkt hat, von 20 Milligramm auf 5 Milligramm runtergesetzt und bin dadurch wieder klarer im Kopf. Die folgenden Sätze habe ich 2011 hier in den Bericht geschrieben. Manchmal frage ich mich, war das der Traum, den wir von dem aufregenden Drogenleben hatten? Ist der Traum geplatzt oder sind wir mittendrin? Und der Traum ist nur ganz anders wahr geworden, als wir uns das vorgestellt haben? Ich werde nie eine Antwort darauf bekommen, weil es keine gibt. Die Gesellschaft verlangt aufgrund meiner Geschichte nun von mir, alles, was irgendwie mit Drogen zu tun hat, zu verteufeln. Nach dem Motto, du siehst ja, was passieren kann. Doch würde ich Drogen verteufeln, würde ich gleichzeitig mein komplettes Ich ablehnen. Ich musste viel Leid erfahren. Ja, aber ich habe durch diese ganzen Vorkommnisse und durch dieses tiefe Abtauchen in die psychedelische Gedankenwelt einen Einblick in unglaublich komplexe und subtile Vorgänge des Lebens bekommen. Bei dieser Meinung bleibe ich, auch wenn Ärzte dies als narzisstisch gefärbte inhaltliche Denkstörung bezeichnen. Eine Frage des Kanalbetreibers. Du sagtest, Ärzte würden deine Meinung und Ansicht zu Drogen als narzisstisch gefärbte inhaltliche Denkstörung bezeichnen. Haben sie das wirklich gesagt oder glaubst du, dass sie das dort einordnen würden? Narzissmus ist ja eigentlich eine Persönlichkeitsstörung, die durch übertriebenes Selbstbewusstsein, mangelnde Empathie und ein Bedürfnis nach Bewunderung kennzeichnet. Wie passt das deiner Meinung nach, diese Aussage zu deiner Ansicht? Könnte es sein, dass hier viel Interpretation des Arztes oder der Ärzte stattgefunden hat, weil eben diese Ansichten fremd sind? Antwort von Crystalix. Der Satz stand so in einem Klinikabschlussbericht. Narzisstisch gefärbte inhaltliche Denkstörungen, psychedelisches Denken über das Leben. Ich habe den Satz und andere Formulierungen durch ein Telefonat mit der Oberärztin rausstrichen lassen. Wenn Ärzte absolut kein Verständnis für Normabweichungen haben, dann wird jedes kleine Detail als Störung klassifiziert. Ob das so konstruktiv für den Patienten ist, mag ich zu bezweifeln. Zitat aus dem Film. Das weiße Rauschen. Für die Ärzte war ich schizophren, für die meisten anderen einfach nur ein Spinner. Mir war das eigentlich egal, wie die Leute mich nennen. Wonach ich suchte, das war ein Leben, das ich führen kann. Das weiße Rauschen, das sind alle Visionen, aller Menschen, aller Zeiten in einem Augenblick, hatte mir Eno erklärt. Sowas wie Gott oder das ganze Universum auf einmal. Wer das weiße Rauschen sieht, hat den Zustand der höchsten Erleuchtung erreicht. Und wisst ihr, was er noch gesagt hat? Das weiße Rauschen, das sei der ultimative Trip. Wer das weiße Rauschen sieht, der wird sofort wahnsinnig. Außer wenn er schon wahnsinnig ist, dann wird er normal. Der Trick besteht darin, den Pfad der Erleuchtung sozusagen rückwärts zu gehen. Am Anfang dieses Pfades, da hört das Chaos im Kopf auf und da beginnt das ganz normale Leben. Da bin ich mir sicher. Dieser Bericht kann auch als Warnung verstanden werden. Macht euch bewusst, dass heilizine Gene euer Leben möglicherweise mehr verändern, als ihr es euch vorstellen könnt. Trotzdem kann ich jeden Menschen verstehen, der sich dafür fasziniert. Es ist halt eine ganz private Entscheidung, ob man Erfahrungen mit Hallizynogenen wagen will. Denn nur man selbst muss danach mit den Veränderungen klarkommen, die sicher da sein werden. Ich kenne auch sehr viele Leute, die daraus großen Nutzen gezogen haben. Ich denke, viele werden verstehen, dass der Trip mir viele Dinge gezeigt hat, die andere niemals sehen werden. Im Positiven wie auch im Negativen. Von Gottgefühle bis zu Suizidgedanken. Ich habe zehn Jahre meines Lebens praktisch nichts gemacht, außer versucht, klar zu kommen. Es ist schon nicht ganz leicht, diese Erkenntnis auch zu verarbeiten. Viele sprechen ja immer davon, dass Set und Setting bei einem Trip sehr wichtig sind. Ich konnte mir die letzten zehn Jahre keine Settings auswählen, sondern musste überall klarkommen, von der Familienfeier bis zum Arbeitsplatz. Ich habe mich aber mit dem Trip versöhnt. Was anderes bleibt ja auch nicht übrig. Ich habe verstanden, dass mein Leben nicht einen normalen Weg geht, sondern immer etwas abseits der Gesellschaft. Aber das macht mir mittlerweile nichts mehr aus. Eine Frage des Kanalbetreibers. Du hast einiges durchgemacht. Wie siehst du deine Erfahrung in Bezug auf das Wahrnehmen? War dein eigentliches Bewusstsein eher wie ein Beobachter oder hat es dein eigenes Bewusstsein dahingehend auch verändert zu jemanden anderem? Zum Abschluss noch, hat dich diese Erfahrung in deinem Denken verändert oder bist du irgendwie noch derselbe Mensch? Welche Schlüsse hast du aus dem Ganzen gezogen und gibt es noch etwas, das du daraus gelernt hast, außer natürlich das, was du bereits in deinem Bericht geschrieben hattest? Antwort von Crystalix. Es gibt für mich einen Menschen vor dem Hängenbleiben und den jetzigen Menschen. Das, was so sehr belastend war für mich in den ganzen Jahren war, dass einfach mein Gehirn nicht mehr funktioniert hat und voll im Errormodus war, ich das aber jahrelang bei vollem Verstand hinnehmen musste und ja auch irgendwie ein Leben zu führen hatte. Das waren sehr schwere Jahre. Mittlerweile hat sich das veränderte Gehirn richtig gut eingespielt und läuft rund. Trotzdem habe ich ein ganz anderes Bewusstsein und Wahrnehmung und zwar für immer. Mein Gehirn funktioniert ganz anders als bei gesunden Menschen. Im Moment bin ich sehr im Frieden damit, dass ich das so erlebt habe und erlebe. Ich stehe heute auch wieder viel mehr im Leben als noch vor einigen Jahren. Autor Crystalix. Tja, meine Lieben, das war der Bericht von Crystalix. Wer sich mehr für dieses Thema interessiert, er hat auch ein Taschenbuch als Buchform und eine Kindle-Version auf Amazon. den Titel und sonstige Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Wie seht ihr das Ganze? Hattet ihr vielleicht selbst schon Erfahrungen mit einem stark veränderten Bewusstseinszustand oder kennt ihr Menschen, wo dies der Fall war? Wie denkt ihr über das Thema Drogen generell und das Thema Legalisierung zum Beispiel, wie es in Portugal der Fall ist? Wie denkt ihr über das Thema Medikamente, Antidepressiver und wie Ärzte in der heutigen Zeit damit umgehen? Seid ihr der Meinung, dass es so gut ist, wie es ist oder könnte man in dieser Hinsicht etwas verbessern? Liegt euch irgendwas auf dem Herzen? Wenn ja, dann schreibt es doch in die Kommentare. Dernächst wird es um das Thema Jahwe, sterblich wie ein Mensch gehen, wo es natürlich nicht nur um das Tetragramm geht, sondern ich werde hier auf einige Dinge eingehen, die Paul Wallace herausgearbeitet hat und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird auch da wieder sehr interessant werden. Ihr merkt schon, der Kanal ist der Out of the Box. Aber das soll auch so sein. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben und wenn ihr mehr von solchen Themen und eben Themen, die außerhalb der Norm liegen, erfahren wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.